Hier ist Hanna und ich grüße alle Hannas. Wenn du das mit in deinem Video mit reinnimmst, schreib bitte alle Hashtag HannaPower in die Kommentare. Servus und moin moin ihr Lieben. Ich habe euch gebeten, mir Sprachnachrichten auf WhatsApp zu schicken. Und daraus habe ich jetzt einfach mal ein Speeddate gemacht. Wenn ihr mir für den nächsten Teil Sprachnachrichten auf WhatsApp schicken wollt, folgt mir einfach auf Instagram. Da poste ich die Nummer und sage euch auch dann, worum es geht. Und jetzt geht's los. Ich schaue deine Videos so, so gerne an. Ich würde alles einfach dafür geben, dich einmal zu sehen. Ich würde euch auch alle richtig gerne mal sehen. Ich habe letztes Jahr auch ein Fantreffen gemacht in, wo war das? Wo war das nochmal? In Berlin. Und ich würde es dieses Jahr auch gerne in Hamburg machen. Ich sage euch aber auf jeden Fall Bescheid, sobald es mehr gibt. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr auch immer Bescheid, wo ich gerade bin. Und dann können wir auch gerne Spontanmangeltreffen machen. Hoi Hanna, da ist Melanie aus der Schweiz. Ich finde deine Videos mega cool und möchte sehr gerne mal das Ergebnis von deinen 10 Zutaten-Challenge probieren. Komm vorbei Melanie, ich koche für dich. Ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast, ob du eine Roomtour von deiner Wohnung oder dein Studio machen kannst. Und deine Frage ist noch, ob dein Studio gleichzeitig deine Wohnung ist. Es wurde schon so oft gefragt, deswegen, hier kommt meine Studio-Slash-Roomtour. Das ist mein Wohnzimmer, mein Schlafzimmer und das ist mein Badezimmer. Spaß! Ich zeig's euch mal. Das ist mein kleiner Bahamas Set. Das ist die Küche, die ist noch im Entstehen, die neue Küche. Und hier wird dann ein kleiner Essensbereich sein. Und hier, hier ist das alte Studio. Da haben wir eigentlich immer gedreht. Hier, Simon. Hallo, Hannah. Und hier wird gerade geschnitten. Ähm, so. Das müsste jetzt der achte Versuch sein. Und ich bin mir sicher, der klappt auf jeden Fall. Du hast es geschafft! Herzlichen Glückwunsch! Willkommen in dem Video! Ich wollte dir eigentlich schon immer sagen, dass ich deine Videos eigentlich relativ gut finde. Aber ich finde, dass du manchmal, ähm, in deinen Insta-Stories, ich weiß nicht, ich find die irgendwie ein bisschen langweilig. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Und ich hoffe, du bleibst weiterhin so aktiv und vielleicht mal ein neues Format wäre auch mal schön. Tada! Neues Format! Oder halt es wieder aufleben, lassen. Ich glaub, ich hab was zwischen den Zähnen. Ich finde, irgendwo muss man auch konstruktive Kritik abgeben. Wenn Leute einfach mal schreiben, ja, der Video ist scheiße, dann bringt einem das ja nicht weiter. Ich finde, du hilfst dich schon von anderen YouTuberinnen ab. Du bist einfach du. Und viele YouTuberinnen machen das irgendwie so, dass sie versuchen, immer so eine Figur zu sein. Und die sind dann super aufgedreht und lachen viel zu viel. Danke. Servus und moin moin. Hannah, du bist für mich eine super coole YouTuber. und YouTube-Entertainerin. Du zauberst mir und vielen anderen ein Lächeln ins Gesicht. Mit deiner coolen und lockeren Art wirst du es bestimmt weit bringen. Vielleicht bis zu einer eigenen Fernsehshow im Fernsehen. Das wäre cool. Deine Videos sind für mich ein super Start in den Tag. Mach weiter so. Dein Tom. Hallo Tom, vielen Dank für diesen lieben Brief. Und Fernsehen, ja, also ich moderiere ja bei Servus TV und ich bin demnächst bei Abenteuer Leben bei Kabel 1 zu sehen. Aber vielleicht kriegen wir auch bald mal eine kleine, aber Show. Wäre meine Frage, hattest du schon mal den Gedanken, mit YouTube aufzuhören? Und wenn ja, oder vielleicht auch, wenn nicht, was würdest du vielleicht stattdessen machen? Ich glaube, ich bin Sekretärin im Sanatorium. Moment. Hallo, mir kann ich Ihnen helfen? Also ich mache wirklich genau das, was ich machen will. Ihr seid einfach Hammer. Ihr bestärkt mich auch darin. Nehmt jetzt einfach mal an, es gibt YouTube und so weiter nicht. Dann würde ich vielleicht sowas irgendwie Essenspesterin werden oder Zumba-Lehrerin. Hallo Hannah. Also, ich wollte dir sagen, dass ich deine Videos immer sehr aufheiternd und nicht jetzt Findus und sehr lustig und ja, einfach, die machen einen froh. Ja, das höre ich am liebsten. Ganz viele Bussis an dich und auch an Findus. Ich will unbedingt ein Foto von Findus sehen, also bitte gerne auf Instagram posten und mich verlinken. Und ich wünsche dir, dass du noch ganz, 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 ganz viele mehr Abos bekommst und dass du irgendwann die aller West-Youtuberin ganz Deutschlands bist und irgendwann in der ganzen Welt und irgendwie 50 Millionen Abos hast oder so. Oh, gut, dass du sagst. Ich muss meinen Zuschauern noch sagen, dass sie den Kanal abonnieren müssen. Oh yeah. Ich wollte dir einfach mal sagen, dass ich eigentlich den österreichischen Akzent normalerweise überhaupt nicht mag, aber deinen finde ich total sympathisch, du kommst total klasse rüber. Wollte ich dir einfach mal sagen, du machst den österreichischen Dialekt für mich attraktiv. Na gib bitte, da werde ich ganz schamig. Ich finde, dein Food-YouTube-Channel, der hat noch viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich bin selber Koch. Ich finde es einfach super nice, was du da machst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Klar, ich würde es vielleicht anders machen, aber vielen Dank für das Kompliment, von einem echten Koch so ein Kompliment zu bekommen. Ziemlich nice. Ähm, ob du Zeichnen gehabt hast und kennst du drei Fragezeichen oder so? Ja, kann ich und kenne ich. Meine Frage ist, ob du was Besonderes in der Zukunft vorhast, zum Beispiel deinen ersten eigenen Merch rausbringen. Was hast du gesagt? Ich muss an dieser Stelle sagen, vielen Dank euch allen für diese Hammer-Nachrichten. Ihr glaubt es gar nicht. Ich saß so am Handy so André, kannst du stetigen. Mir ist so das Herz aufgegangen, ihr seid einfach so geil. Ich sage nur Hashtag klein, aber beste Community. Willkommen da. Hey, Han, was ist denn das da links neben dir? Das ist der Abo-Button. Einfach draufklicken, kannst du den Kanal kostenlos abonnieren und hier kommst du zu einem anderen Video. Ach krass. Auch cool. Super Klasse. Da klickst du gleich direkt mal drauf, nachdem ich deinen Kanal abonniert habe. Bussi Baba.